Ich lese das Solinger Tageblatt von Donnerstag, den 5. Dezember. Das ist diese Zeitung. Und unter grünen Solingen, und die grüne Farbe ist eine einzige Unverschämtheit und ist keine schöne Zeitung, heißt es. Tierkadaver halter Klagen über Odyssee. Gina Weber hat ihre geliebte Maine Coon Katze verloren. ST-Leserin Gabriele Weber versuchte tagelang ohne Erfolg ihre tote Katze zurückzubekommen. Betroffene Halter werden nur auf deren Anfrage hin vom Bergischen Veterinär und Lebensmittelüberwachungsamt kontaktiert. Im Garten und auf die Frithöfen dürfen hier kadawane Angaben der Stadt nicht mehr beerdigt werden. Also, die Maine Coon Katze ist weg. Tschüss.